Moin Moinitube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunschkarten. Nachdem wir in der letzten Episode über Feuerkönige gesprochen haben, habe ich mir gedacht, heute reden wir über eins meiner anderen Lieblingsthemendecks, die auch sehr sporadischen Support noch genossen haben die letzten Jahre, nämlich das Flinke-Themendeck oder eigentlich, wie es in Yu-Gi-Oh! kurz heißt Flink. Und ja, ich habe mich so ein bisschen selbst diesmal, also eigentlich wollte ich zuerst mit Daniel ganz viel zusammen designen, aber dann kam mir relativ schnell schon einige Ideen, wie könnte man das Deck halt irgendwie aufbürsten und da kam er mehr oder weniger dieses Mal nur so zur Abnahme und zum Combo-Testing so ein bisschen noch dazu. Diesmal relativ wenig Input von seiner Seite aus, aber wie immer werden wir heute einmal über die Geschichte reden vom Flinke-Themendeck, über die einzelnen Karten, was die alles können und dann werden wir über unsere neuen Karten sprechen, einmal über was die können, dann über die Artworks, wie wir dazu gekommen sind und wie wir sie gezeichnet haben, zusammen mit meiner Freundin wieder und zum Schluss gibt es dann nochmal ein bisschen Kombos, wo wir das ein bisschen ausspielen, wo wir das Ganze ausspielen und euch zeigen, damit man theoretisch so machen kann. Dieses Mal möchte ich die so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, das wird nicht das einzige Video sein zu Flink, das soll quasi im Gegensatz zu dem Valking-Support letztes Mal ein mehrstufiger Rollout sein, das heißt, das ist quasi die erste Welle, die ich ausrollen würde an Support und ich würde noch mindestens mit einer zweiten nachkommen und mal gucken, ob man danach noch mehr bräuchte, um das Deck einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Schwung zu geben und einfach so allgemein so ein bisschen mehr als auch Thema gesehen zu werden. Ja, wie gesagt, wir können gleich direkt anfangen, wenn wir schon darüber reden. Flink kennen wahrscheinlich viele alteingesessene Zuschauer meines Kanals, das ist ja ein Themendeck, was ich seit 2012 spiele, das war eines meiner ersten, das ich mir zusammengebaut hatte, zusammen mit Chaos Dragons und mit Dark Worlds und das war also eines meiner Decks, die ich zusammengebaut habe, weil ich fand das eigentlich sehr cool, so aus den alten Power-of-Chaos-Spielen gab es dann, ich glaube, war das ein Kyber-Ding oder so, da gab es halt, hat er auch mal so ein Deck gespielt oder vielleicht auch in der Joey-Variante, wo halt jemand auch flicken Momonga gespielt hat und den Riesenkeim, deswegen habe ich spielte gerne die Gerümpelkeim-Toolbox und unter anderem halt den Momonga und ja, bin dann damit so ein bisschen aufgewachsen und habe das halt so ein bisschen aufgebürstet, dann kam halt sogar noch in den letzten Jahren noch ein bisschen Support noch für das Deck dazu, wo man das so ein bisschen ausbauen konnte, aber in sich gesehen war das jetzt kein Thema, was wirklich so, ja, in Meterkeule irgendwo rumgelaufen ist, das war mal so in einigen kleinen Wasserdecks als Engine gesehen oder vielleicht sogar in dem ein oder anderen Ungräuer-Thema als kleine Engine gesehen, aber in sich hat es selbst noch nicht so viel gemacht und ja, heute bin ich da, um mit euch darüber zu reden. Was ist Flink denn eigentlich? Ja, das Flink-Thema besteht eigentlich nur aus sieben Monstern, sieben Main-Deck-Monstern und das war es. Es gibt keine Zauberkarten, es gibt keine Fallenkarten, es gibt keine Extra-Deck-Monster. Und grundsätzlich kann man das Thema in zwei Varianten schieben, mehr oder weniger, es gibt einmal die Ungeheuer-Monster und die Fisch-Monster, aus denen die Monster-Liner basieren und die sind entweder Wasser oder Erde und damit wird halt viel rumgespiegelt so, natürlich sind die Fische eigentlich meistens Wasser, aber bei den Ungeheuer-Monster wird ein bisschen rumgespiegelt, dass sie auch so manchmal ein bisschen das Wasser-Attribut haben und umgekehrt. Insgesamt besteht das Thema halt relativ easy, eigentlich aus nur Stufe 2 am Monster, wo man das so sehen möchte. Drei Fischen und drei Ungeheuern und einer Sonderlocke in dem Thema und ich würde sagen, wir gehen da so ein bisschen mal geschichtlich da ran und gucken uns einmal an, was so alles mit der Zeit rausgekommen ist und was die Karten eigentlich selbst alle können. Ganz zu Anfang ging es halt los mit Spell-Ruler aka Magic-Ruler im Jahr 2002 mit dem flinken Momonga, das ist der Klassiker und da lernt man schon so ein bisschen kennen, was das Deck eigentlich kann. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört wird und auf Friedhof gelegt wird, kriegt man 1000 Lebenspunkte und dann kann man halt eine beliebige Anzahl von flinken Momonga als Spezialbeschrung von seinem Deck in verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Das war quasi ein Plus Eins, man hat sogar noch Lebenspunkte bekommen und die Counter-Variante dazu war quasi der Riesenkeim, der aber gar nicht Teil des Themens ist, aber damals gab es halt noch gar keine Themen-Decks und das wurde dann halt so entwickelt. Das war der erste erstmal, okay, cool, der Special dann wieder zwei neue und dann kommt man so ein bisschen rein. Für 2002 war das schon, schon ein gutes, gutes Effekt-Monster, kann man soweit sagen. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis der nächste Support kam, nämlich die ganze sechs Jahre. Dann kam das zweite flinke Monster raus, das war der flinke Musasabi in Light of Destruction und der hat die Thematik in einer sehr merkwürdigen Art und Weise aufgegriffen. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört, wenn man auf Friedhof gelegt wird, natürlich wieder das gleiche. Okay, füge deinem Gegner 500 Schaden hinzu. Das ist erstmal so, oh, cool. Und dann kannst du bis zu zweifeligen Musasabi als Spezialbeschwörung von deinem Deck in offener Angriffsposition auf die Spielfeldseite als Gegners beschwören. Und diese Monster, die dann Spezialbeschworen sind, können nicht als Tribut angeboten werden für die Tributbeschwörung beim Gegner. Ja, interessante Karte, sagen wir es mal so, aber dass er erstmal ein Plus zwei gekriegt hat auf seine andere Seite, war halt nicht so lecker, wenn er ein Monster von einem, wenn es einem Monster umgerannt worden ist, war nicht so cool. Und dass sie in Angriffsmodus waren und nur 800 Angriffspunkte haben, ist jetzt kein großer Trost, wenn er damit halt auch nochmal einen angreifen konnte. Also das ist eher so eine komische Karte gewesen, hat man gesagt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt der krasseste Support. So, dann der nächste Support kam relativ zeitnah jetzt im Verhältnis zu den anderen Karten. Jetzt kommen wir auch gleich zu unserer super speziellen Ausnahme, den super flinken Mega-Hamster. Ist im Gegensatz zu den anderen Monstern, ist er Stufe 4. Er ist der Einzige, der Stufe 4 ist, ist aber ein Ungeheuer und hat einen Flip-Effekt im Gegensatz zu den anderen, die alle keinen Flip-Effekt haben. Du kannst einen Monster vom Typ Ungeheuer der Stufe 3 oder Niedrigal als Spezialbeschwung von deinem Deck in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es halt nur die Ungeheuer-Flinken und der halt quasi die unter anderem supportet, aber auch anderem Support in diese Richtung und hat jetzt durch den Namen super flink gar nicht, also er hat zwar den gleichen Namen wie die ganzen Flinken auch, dass er ein Flinker ist theoretisch, aber praktisch wird er vom gesamten Themendecks Support nicht supportet. Die enden immer nämlich alle bei Stufe 3 oder Niedrigal und der wird dann ein bisschen ausgeklammert. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich ihn eigentlich sehr cool finde. Der ist quasi so diese Monster-Art-Variante, so eine Riesen-Variante von den Flinken und ich fand den eigentlich immer ganz süß so als super Spezial-Variante von denen. An sich halt auch ein Monster, was eher sehr langsam ist heutzutage, gibt gute Ersatzkarten, die halt schneller ein Monster, Ungeheuer der Stufe 3 oder niedrigeres Feld kriegen, zum Beispiel die Rettungskatze, die macht das deutlich besser als der, ist aber halt dem eigene Karte. So, dann kam relativ zeitnah, diesmal tatsächlich zeitnah, drei Monate später, der flinke Sonnenbarsch raust oder flinke Mondfisch oder ihr könnt euch in den Kommentaren drumherum beulen, was es jetzt tatsächlich am Ende eigentlich sein soll. Wenn diese Karte durch die Kampfstastschwörter noch im Friedhof gelegt wird, lege ein Monster von Typ Fisch von deinem Deck auf den Friedhof. Das heißt, man kann es mit anderen Fischthemen kombinieren oder man kann einfach einen Sonnenbarsch reinlegen, damit man halt nochmal einen Sonnenbarsch aus dem Deck specialen kann, weil das kann er dann. Dann kannst du einen flinken Sonnenbarsch als Spitzabesprung von deinem Deck beschwören. Und wenn das dann der Momonga ranhält, okay, das ist ein bisschen langsamer natürlich. Also er legt jetzt zwar einen Fisch rein, muss ja gucken, dass der Fisch irgendwie was Gutes macht im Friedhof bis zu diesem Zeitpunkt, wo er rauskam. Und man hat halt nur einen flinken Sonnenbarsch gekriegt, war jetzt erstmal kein so ein großer Vorteil, aber dafür konnte man halt beim flinken Sonnenbarsch kontrollieren, ob er in Angriffsmodus und Verteidigungsposition und er war halt offen. Okay, ist zuerst mal ein interessanter Support. So, und dann kam der nächste Support, zwei Jahre, knappe zwei Jahre später, flinker Manta, der jetzt quasi der nächste Fisch war mit dem aber irgendwie der flinke Sonnenbarsch nicht wirklich zusammenarbeitet, aber der trotzdem so ein bisschen die Thematik jetzt mal in eine andere Richtung stiftet von dem Momonga, nämlich wenn diese Karte durch einen Karten-Effekt vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine beliebige Handzahl von flinker Manta spezialbeschränken in deinem Deck beschwören. Was eigentlich eine sehr coole Sache ist, weil Karten-Effekt-Zerstörung läuft ja meistens eher rum als Monster- durch Kampf-Zerstören-Effekte, ist aber an sich trotzdem ein schwieriger Effekt schon zu der da mal die Zeit gewesen, weil er das Problem hat, er ist ein Wenn-Du-Kannst-Effekt, das heißt, er kann sein Timing verpassen, sind theoretisch halt auch alle anderen flinken Monster mit ihren Effekten, aber dadurch, dass sie entweder ein Effekt sind, der auf Normalbeschwörungen kommt, beziehungsweise auf Kampf-Zerstörung, ist es dort irrelevant, weil die immer sich auflösen können in diesen Szenarien und deswegen kommt das Wenn-Du-Kannst nicht so ins Spiel, wie es bei ihm ist halt und wenn er halt auf Kettenglied 2 oder halt mittendrin irgendwo in der Kette zerstört wird, dann, ja, dann resorgt halt erstmal Guarnix. Und das ist halt ein Problem und wäre halt schön, wenn es auch nicht nur vom Spielfeld wäre, sondern allgemein durch den Karteffekt auf den Friedhof gelegt, oder vielleicht wenigstens vom Deck, dann könnte er halt nämlich wenigstens der flinke Sonnenbarsch ihn triggern, deswegen ist er, naja, nicht so krass. Dann haben wir den flinken Angler bekommen in Abyss Rising im selben Jahr und das, uiuiui, das hat mal richtig Tempo in das Deck gebracht. Falls diese Karte von deiner Hand oder dem Deck auf den Friedhof gelegt wird, du kannst bis zu zwei Flink-Monster der Stufe 3 oder niedrig als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Außer flinke Angler und flinke Vogelscheuche, ich glaube, diese Ausnahme gibt es gar nicht mehr, dass das flinke Vogelscheuche noch ist, ich glaube, der braucht noch einen Reprint, weil die Neuen, glaube ich, listen den schon gar nicht mehr, ich glaube, der hat jetzt glaube ich einen etwas anderen Namen. Ja, sehr starke Karte, von der Hand oder vom Deck auf den Friedhof gelegt werden, kann generisch durch alles Mögliche hingelegt werden, kann durch Kosten, kann durch Effekt weggelegt werden, egal wie, zwei Flink-Monster der Stufe 3 und der niedrig, wie man sieht halt hier wird der super flinke Megahamster ausgelassen, kann aber halt direkt zwei aus dem Deck holen, ohne dass man halt überhaupt eine Normalbeschwörung benutzen muss unbedingt. Man kann zum Beispiel ein Töritus-Beggebnis dafür benutzen, man kann die von der Hand abwerfen mit sowas wie Schnellsy-Synchron oder für die Kosten der Aktivierung einer Karte wie Einer für Einen zum Beispiel, wenn man das möchte oder halt zum Beispiel auch als Kosten vom Deck auf dem Friedhof legen für Karten wie den Genix Undine, der ihn halt als Kosten auf dem Friedhof legen kann aus dem Deck, um halt sich nachher einen Genix Controller auf die Hand zu nehmen. Das kennen ja viele, wissen ganz genau, worüber ich rede und das ist eine sehr, sehr starke Karte, weil erstmals, das ist ein Plus Eins bis Plus Zwei, was man da kriegen kann, je nachdem, wie man den Mill bekommt und der ist nicht What's Per Turn. Nicht hart, nicht weich, nichts, also den kann man nutzen, solange man möchte. Er kann bis zu zwei, das heißt, selbst wenn man nur ein Target im Deck hat, kann man es auch rausholen. Das Einzige, was ein etwas größerer Nachteil ist in dem Deck und wo wir später auch noch zu übersprechen werden, das Deck geht relativ schnell leer, wenn man die ganze Zeit zwei Monster aus dem Deck specialt. Ja, dann kam der nächste Support, der auch richtig, richtig schön war und auch der letzte Support war überhaupt für dieses Thema und zwar ganze fünf Jahre später flinker Biber in Circuit Break. Uiuiui. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Flinkmonster der Stufe 3 oder Niedrigal als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Friedhof beschwören. Was sehr, sehr schön ist, das heißt, man kann Karten aus dem Grave recyceln oder aus dem Deck sich direkt holen. Stufe 3 ist ein bisschen interessant gehörtet, weil es gibt keine Flinkmonster der Stufe 3, kann es natürlich irgendwann in Zukunft geben, aber gibt es nicht. Es steht ja bei beiden so. Aber er ist halt ein sehr, sehr guter Normal-Summel, weil bisher hatten sie halt nur die ganz langsamen Ich setze irgendwas oder ich spiele halt andere Engines, die entsprechend halt die Karten halt, wie zum Beispiel den Flink-Ungle in den Grave kriegen oder halt entsprechend die Special-Summles irgendwie lostreiben. Der kann quasi von sich selbst aus Monster holen und dann kann man direkt drauf loslegen. Natürlich wieder der super flinke Mega-Hamster wird hier wieder ausgeklammert, was ein bisschen schade ist, aber auch, weiß ich nicht, also ich glaube, Konamis Intention dahinter war halt bloß keine Stufe Vierer, weil mit Stufe Vierer kann man halt gute Rank-Force wahrscheinlich machen oder beziehungsweise als zu dem damaligen Zeitpunkt, wo er rauskam, gute Level-6-Synchros oder Level-5 oder Level-7-Synchros, je nachdem, was für ein Tuner man irgendwie daneben hatte. Deswegen haben sie das, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt. Das finde ich ein bisschen schade, aber das haben sie halt thematisch jetzt so ein bisschen aufgenommen und genau, das ist so der letzte Support gewesen, 2017. Das ist jetzt schon vier, vier, fünf Jahre wieder her, also so langsam wird es mal wieder Zeit für neuen Flinkensupport und da haben wir uns gesagt, hm, das wird mal tatsächlich Zeit für neuen Flinkensupport und das machen wir jetzt auch mal. Bevor wir zu den neuen Karten kommen, muss man sich vielleicht überlegen erstmal so, was sind denn die Stärken und was sind die Schwächen eines Decks? Also ganz klare Stärke ist in dem Deck der flinke Angler, auch in Kombination mit dem flinken Sonnenbarsch. Wenn halt der Gegner einmal das Ding durch Kampf umrennt, dann geht das, geht ab die Party mit Special Summons. Natürlich der flinke Biber. Das heißt, sie haben eine Menge Möglichkeiten, viele Monster aufs Feld zu bringen. Das Problem ist, danach ist auch mehr oder weniger Ende-Gelände. Der Pool an guten generischen Monstern, in denen man reingehen kann, ist jetzt nicht so vielfältig in dem Deck und das Thema hat halt auch keine eigenen Extra-Deck-Monster, in die sie gehen können, die denen irgendwie aushelfen könnten, dass man statt halt auf den generischen Pool sich zugreifen müsste, dass man auf was anderes zugreift. Ich hab auch damals als Firewall ja draußen war, das ist ja auch mal irgendwie gespielt und selbst mit Firewall, ich glaub, der war sogar auf 3 da, zu dem Zeitpunkt, der konnte man halt auch nicht so die krassen Boards machen, weil es einfach, ja, irgendwann ging halt das Feld voll, voll die ganze Fische und man konnte halt nicht so viele Generic Link-Force rauskneiden, weil irgendwann das Feld einfach zu voll war und damals war halt auch der Pool nicht so gut und auch heutzutage, ja, wird es halt schwierig, entsprechend halt andere Monster zu beschwören, sei es auch zum Beispiel Synchro Six Seas oder halt andere Link-Monster, die wir so gespielt haben, weil man musste halt jedes Mal, wenn man da was machen wollte, musste man auf Themen nicht eigene Karten zugreifen und das waren ja halt viele Dinge, die wir hier in den letzten Jahren ausprobieren, Gen X Undine, wir haben hier eine Synchron-Engine gespielt, wir hatten sowas wie Exodius gespielt, um halt entsprechend die Ressourcen am Laufen zu halten, also es gab so viele Sachen und ich würde es halt gerne ein bisschen mehr sehen, dass es halt wirklich einfach selbst spielen kann und das zweite Problem ist natürlich, wenn man nur Main-Deck-Monster hat und halt keine Spells und Traps, die halt das irgendwie supporten, dann geht halt einfach relativ schnell die Muni alle, die ist halt sehr schnell weg, deswegen hatten wir auch in Exodius gespielt, wenn man überhaupt wieder die ganzen Monster aus dem Friedhof wieder zurück ins Deck packen konnte, ansonsten hat man nichts mehr zum Special Summonen gehabt, weil die Monster floaten halt nicht, wenn sie halt als Link Material oder als irgendein Material benutzt werden, das heißt, die sind irgendwann weg und dann kann man nicht mehr weitermachen und das sind so ein paar Kerben, in die ich mal rangehen wollte und ich wollte einfach mal sagen, ja, komm, wir geben denen mal so ein bisschen Extra-Deck-Support, so die Richtung, so ein bisschen, was ich auch so ein bisschen so an Erfahrung gesammelt habe über die vielen Jahre, wo ich das gespielt habe, so ein paar Effekte, einige Deck-Varianten, wie ich Flinke gespielt habe, versucht habe, so ein bisschen einzuarbeiten in die Karten und vor allem mal wirklich Zauber- und Fallenkarten mit reinzubringen in das Deck, weil irgendwie nur Monster, da fehlt mir einfach allgemein so ein großer Teil von Yu-Gi-Oh! Ich will nicht nur mit Monstern spielen, ich würde gerne auch mit Zauber- und Fallenkarten spielen wollen, ich würde denen halt Sachen geben wollen, die denen halt weitere Verbesserungen geben, sodass sie halt auch mal was tun im gegnerischen Spielzug, weil momentan tut der Deck halt nichts im gegnerischen Spielzug, außer halt ein bisschen zu floaten, wenn der Gegner halt nicht ganz genau weiß, wie man damit gegen umgeht und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir beim ersten Rollout erstmal relativ basic den Support ausrollen mit zwei Extra-Deck-Monstern, einer Fallenkarte und einer Zauberkarte, nicht zu viel, nicht zu wenig und dort erstmal schon mal eine grobe Fahrtrichtung angeben, die wird noch nicht quasi das Be-All-End-All sein, sodass das das Mega-Deck jetzt schlechthin sein soll, sondern erstmal ein erster Wurf, wo dann halt eine zweite Welle darauf später aufsetzen sollte, um nachher dann die Ziele zu erreichen, die wir mit dem Deck eigentlich erreichen möchten. Und ja, was hatten wir für Ideen? Da würde ich gleich mit Jule darüber sprechen. Ich kann euch ja schon mal vorher die Namen nennen von den Karten, die wir uns ausgedacht haben. Das sind nämlich einmal eine permanente Zauberkarte, flinkes Domizil, einmal eine permanente Fallkarte, flinke Falle und ein Exis-Monster, den superflinken Mega-Dorsch, als Anspielung auf den superflinken Mega-Hamster, weil ich finde es so schade, dass diese Thematik nie wieder aufgegriffen wurde, dass es etwas superflink und mega gibt. Das würde ich gerne mal wieder wissen, aufleben lassen und diesmal im Extra-Deck und noch ein Link-3-Monster als weiterer Support, damit sie halt wirklich mit den Monstern mal was anfangen können, die da auf dem Feld liegen und so ein bisschen Interaktion auch mit dem Gegner dann so ein bisschen mal aufnehmen und auch mal was im gegnerischen Spiel zu richtig tun. Aber wie wir es genau hier tun, darüber reden wir gleich. Erstmal die Artworks und wie wir dazugekommen sind. Dieses Mal habe ich dir hier ein bisschen mehr Zeit gelassen als beim letzten Mal. Du hast aber auch diesmal doppelt so viel malen dürfen als beim letzten Mal. Aber das letzte Mal war das, glaube ich, ich weiß gar nicht, vier, fünf Tage oder so mit noch Recherche und Mythologieanalyse und so. Könnte sein, dass es sogar weniger war, aber ich möchte dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Und dieses Mal haben wir dir ein paar Wochen gegeben, sodass du dich ein bisschen darauf einschließen konntest. Und ich habe dir ja zum größten Teil eigentlich schon die Steilvorlage gegeben, weil ich schon wusste, wie ich die Karten nennen möchte und damit ja auch mehr oder weniger schon konzeptionell, vor allem für die Monster, schon so eine Art Vorgabe gegeben habe, was das sein wird. Bei den Spelltrap-Sachen waren so Ideen drin und die hast du dann so langsam in ein Bild geformt, sagen wir es mal so. Ja, der Vorteil bei den Flinken ist, dass es halt tatsächlich nur die Tiere sind und nicht irgendwelche große Mythologie-Kram, wie wir beim letzten Mal hatten, wo man wirklich noch viel recherchieren musste, was überhaupt an Tieren und so weiter und so fort. Hier ist halt der Fakt, Schnabbeltier gleich Schnabbeltier, bloß schnell. Ja, und ich habe dir das mal so gemacht, dass, ja, das ein bisschen einfacher für dich ist, weil ich glaube, Tiere zu zeichnen ist genau dein Ding erstmal und das ist, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen in die Übung reinzukommen und ein paar sehr coole Artworks zu zeichnen. Erzähl mal so, was haben wir denn jetzt so alle, womit haben wir angefangen hier? Ja, angefangen haben wir tatsächlich mit dem Schnabeltier, weil ich einfach beim Schnabeltier wusste, wie es aussehen soll. Das ist, ja, es ist halt einfach ein Schnabeltier und ich habe einfach mal so ein bisschen drauf losgeziert, aus dem Kopf mal geguckt, wie sehen die Viecher eigentlich aus? Die sind ja auch an sich schon ein bisschen so von der Evolution ein bisschen seltsam geraten. Aber das finde ich auch halt cool, deswegen habe ich sie ja auch gechoost so für das Thema, weil sie passen genau in dieses Wasserfisch, Wassererde-Thing. Ich finde Schnabeltier passt mega zu Biber. Sind ja auch vom Prinzip, also jetzt vom Aussehen her nicht irgendwie, aber vom Prinzip her ist es ja dasselbe Tier, bloß ein bisschen verändert, deswegen fand ich das ganz cool. Ähm, ja, und dann habe ich einfach mal angefangen, hatte jetzt noch nicht so richtig konkret im Kopf, was daraus werden soll, weil ich halt einfach im Kopf hatte, ja, Schnabeltier aber schnell. Ähm, deswegen habe ich das dann auch erst mal zur Seite geschoben und mit dem Dorsch weitergemacht, weil der ja nun so einen kleinen Twist hatte. Ja, also ich, warum habe ich mich eigentlich für diesen Namen entschieden? Äh, ich hätte ja natürlich einfach machen können, einfach flinker, irgendein, setz hier irgendeinen Fisch ein, so nach dem Motto. Äh, ich habe mich aber hier bewusst an der Edeka-Werbung entlang gehangelt. Sehr geiler Dorsch übrigens. Weil dort ja auch, äh, den super, super geilen Dorsch gab und da dachte ich mir, das nutzen wir doch mathematisch hoch. es gibt ja auch das, äh, die super Flinken, äh, das hatten wir den Hamster und da dachte ich mir, dann nehmen wir die Thematik auf und mischen das so ein bisschen durch und, äh, ich glaube, so vom Tier passt das eigentlich sehr gut her, da rein. Ja, das Coole ist halt, dass, ähm, einmal, dass ich den Hamster hatte, an dem ich mich so ein bisschen orientieren konnte, aber halt sonst nichts, wo man, also nichts als Vorgabe. Die anderen waren halt nur Fische, so ein bisschen. Ja, genau, die anderen waren halt nur Fische und dann habe ich, habe ich da halt so ein bisschen überlegt, beim Hamster hat man ja auch und der Hamster an sich ist relativ klein. Wenn der jetzt schon größer ist als eine Person, dann muss so ein Dorsch natürlich noch größer sein, weil so ein Dorsch ist ja im Real Life auch schon größer als ein Hamster. Und, genau, dadurch kam halt dieses Konzept mit diesem kleinen Boot da noch bei, weil der Dorsch wahrscheinlich weniger eine Person anbei hat. Ja, wahrscheinlich. Und so fliegt er auf dem Strand irgendwie raus, aber dann liegt er da wie so ein Wal nachher. Ja, das ist dann halt auch irgendwie nicht mehr mega cool. Nein. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, ja gut, der Hamster, der hat so ein, wenn man ihn sich ein bisschen genauer anguckt, einmal hat er rote Augen, das haben die anderen, glaube ich, nicht, soweit ich das gesehen habe. Auch wenn die Artworks manchmal ein bisschen dunkel sind und die Augen ziemlich klein, aber ich glaube, die anderen haben keine roten Augen. Und der Hamster ist ja auch so ein bisschen angriffslustiger, ein bisschen aggressiver fast, würde ich sagen. Und er hat halt diese coolen Bits-Markings so an der Seite. Ist er flink? Er ist mega flink. Und das passte bei dem Dorsch halt auch irgendwie ganz gut, weil Dorsche sowieso an der Seite so einen Streifen haben und den dann so einen Blitz zu machen, war mein mega Brain-Moment. Genau. Und das war so die grobe Überlegung hinterm Dorsch. Ich war schon ganz froh, als ich meinem Vater die Skizze gezeigt habe und der meinte, er erkennt, dass es ein Dorsch sein soll. Ich habe gedacht, okay, gute Arbeit geleistet. Und genau, dann habe ich auch den Dorsch erst mal zur Seite geschoben, weil ich erst mal alles durchskizzieren wollte. Und habe mich an das Domizil gesetzt. Genau, da habe ich so eine Art grobe Richtlinie gemacht, irgendwie so, dass wir ein paar von denen mal zusammen im Artwork haben, weil die sollen dann quasi ein Zuhause haben. Dafür steht ja die Spell so ein bisschen. Ist ja normalerweise wird Yu-Gi-Oh! thematisch normalerweise die Field-Spell dafür genutzt. Ich habe gesagt, nee, das machen wir mit einem permanenten Spell. Und dass wir da so ein bisschen die Fische zusammen mit den normalen Ungeheuerflinken zusammen reinkriegen. Momentan gibt es halt nichts, was die verbindet, weil es halt immer, es gibt nur Monsterkarten und alle Monster stehen halt immer für sich alleine. Und die einzigen Winner, was dabei sind, sind die Fische beim Angler, die drin sind. Oder der Typ, der halt vom Superflinken-Megahamster angegriffen wird. Ich war sehr dankbar, dass du mir gesagt hast, was du dabei im Kopf hattest. Weil meine allererste Skizze dafür, beziehungsweise nicht meine Skizze, ich habe es nicht abgezeichnet, aber meine allererste Idee, als du mir gesagt hast, flinkes Domizil war wie ein rennendes Haus. Und es war so, nein, please don't. Nein, 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 nein. Genau. Deswegen war ich sehr dankbar, dass das doch ein bisschen... Die wollten einen Platz, wo sie sich zusammenfinden können. Eine Höhle, wo die sich versammeln können, wo auch ein Wasseranschluss ist quasi. Genau. Und dann, meine erste Skizze war ein bisschen mehr landlastig, aber, ja, sind halt auch viele Fische dabei. Deswegen habe ich das dann im Endeffekt in der nächsten Skizze so ein bisschen halbgeteilt, die Karte, dass man quasi den Unterwasserteil auch noch sieht, weil so Sachen wie der Mundfisch, der Sonnenbarsch heißt und der Manta zum Beispiel, die sind ja nicht so an der Oberfläche und der Anglerfisch erst recht nicht. Rein theoretisch muss man auch ein bisschen gucken, weil das ist ja glaube ich ein Mix aus Süß und Salzfischen eigentlich, also Salzwasserfischen, das ist so, die eigentlich zusammen machen, üblicherweise keinen Sinn, aber das ist ja ein bisschen, das ist ja ein bisschen, ne, Yu-Gi-Oh, ne, das ist ja ein bisschen Fantasy auch, ne. Wild ist es kein Süß- oder Salzbilde, das ist Umami-Wasser, wir wissen das nicht. Es kann natürlich auch ein Mischwasser sein, was gerade so für beide verträglich ist, was quasi so der Fluss und Meer zusammengeht. Ja, das sind zwei Quellen, die aufeinander drin, genau. Und da ist genau die Höhle, weil die haben sich das perfekte Domizil ausgesucht. Aber wie die Story da weitergeht, das für ein anderer Mann. Ne, und da habe ich halt gedacht, gut, so als Zwischending, zwischen Wand, äh, zwischen Wand und Wasser, zwischen Land und Wasser, kann man den Biber dann noch so reinzeichnen, der gerade irgendwie so ein kleines Stöckchen da hinbringt, zum Feuer oder irgendwie sowas. Genau, das war so ein bisschen, dass man die Höhle sieht und gleichzeitig aber das Wasser, dass sie irgendwie alle Bros sind. Genau, dann kommen wir zum flinken Falle, die letzte, da hatte ich literally erstmal null Ideen, oh, es wäre lustig, wenn man es flinke Falle nennen würde, weil es dann eine schnelle Falle ist, weil Fallen sind ja allgemein Space Speed 2. Aber so thematisch jetzt, hätte ich mir jetzt auch nicht im Kopf vorgestellt, dass eigentlich so eine Bärenfalle ganz schnell sich wegbewegt oder sowas, das wäre halt dämlich. Ich dachte vielleicht so eine Art Falle, die halt versucht halt, die Flinken einzufangen oder sowas. Und das war dann so die Idee, ja, mal vielleicht mal irgendwas wie so eine Tierfalle oder so. Ja, ich habe alles mögliche an Fallen mir durch den Kopf gehen lassen und habe erst an so eine Fallgrube quasi gedacht, die so abgedeckt ist mit Blättern oder sowas. Dann habe ich gedacht, okay, wenn sie die Flinken einfangen, die sind wahrscheinlich zu schnell, dass sie da reinfallen oder irgendwie sowas. Beziehungsweise die Momongas, die fliegen ja auch, laufen die ja gar nicht da drüber. Und dann habe ich, ja, an diese Fallen, ja, Bärenfallen, dann diese Fallen, die so am Ast sind sodass die Viecher nach oben geschleudert werden. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und bin dann im Endeffekt aber zu dieser klassischen Variante, also für mich klassische Variante einer Falle gekommen, wo du halt einfach so ein bisschen was unter einen kleinen Stein oder halt irgendwas legst, sodass die dann den Stock umstoßen oder dieses Seil da dran, dass dann gezogen wird und dass die dann da drunter sind. Genau. Ja, und dann, das war dann erstmal so ein bisschen romantieren und dann kam das nachher so im Flow, dann, glaube ich, mit der ersten Versuchung oder es dann auch noch zu einer Karte. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu den etwas, ja, zu den digitalen Skizzen über. Da kannst du ja mal was drüber erzählen. Ja, ähm, ich habe, wie gesagt, beim Domizil habe ich erstmal versucht, irgendwie diese, diese Zweiteilung halt hinzukriegen, dass das, ja, dass man sowohl das Wasser als auch das Land sieht. ähm, ich habe erst gedacht, ob ich in die Höhle noch eins von den Momongas und ich weiß nicht mehr, wie das andere... Musasabi? Ja, genau. Das da, äh, reinballer, aber das... Weil der superflinke Megahamster, der passt in die Irgendwo rein, der ist so richtig. Nee, der Megahamster... Der würde, die Falle, der würde einfach den Stein wegschieben. Er würde sich aber auch nicht krumm machen mit zwei Eicheln und der Mandel oder sowas. Ähm, nee, genau, der Megahamster, der ist gerade out of order. Und der Dorsch erst recht. Nee, genau, da habe ich halt gedacht, ob ich da noch eins von den Flieghörnchen da rein setze in die Höhle. Hat es dann im Endeffekt nicht in die finale Version geschafft, weil das einfach im Endeffekt zu voll und zu detailliert wurde und ich dachte, dass man das dann auf dem kleinen Artwork nachher sowieso nicht mehr erkennt, wenn ich da jetzt noch so ein... Die sind ja auch nicht groß. Also wenn ich den jetzt noch ans Feuer gesetzt hätte, das hätte, glaube ich, von den Proportionen her nicht ganz mehr gepasst. Beim Dorsch habe ich dann noch einen Zwischenstep gemacht, weil ich mir noch nicht ganz sicher war, wie der aussehen sollte, weil, wie gesagt, flinke, super flinke, mega Dorsch Variante. Soll er das Kalaschim vom Hamster nehmen? Soll er eine eigene haben? Ja, genau. Das war halt die Frage, weil beim Schnabeltier hat sich die Frage nicht gestellt, weil Biber und alles mögliche, der Sonnenbarsch, Mondfisch, die sind alle normal, aber der Hamster halt nicht. Zumindest habe ich so einen Hamster noch nie gesehen. Und dann habe ich halt mal mir die Farben einmal rauskopiert von dem Mega-Hamster und habe das dann mal so koloriert. Dann habe ich mir einen normalen Dorsch angeguckt und habe den quasi adaptiert und habe dann nochmal eine freiere Variante gemacht mit so ein bisschen mehr diesen roten Farben, die der Hamster ja an den Krallen auch hat und sowas. Die habe ich dann aber relativ schnell wieder verworfen, weil das halt einfach überhaupt, also das hatte weder in der Realität noch bei dem Hamster irgendwie Sinn und ich habe mich dann im Endeffekt auch für das Hamster-Color-Scheme entschieden, weil das für mich einfach in dem Kontext das Sinnvollste war. Von den anderen habe ich tatsächlich gar nicht so digitale Zwischenskizzen, deswegen gehen wir direkt zu den Artworks. Gehen wir direkt zu den Artworks. Choose your weapon. Wir fangen mit dem Dorsch an. Ja, der Dorsch hat tatsächlich nicht zwei Varianten, aber der hat noch einen Zwischenstep, den Den könnte ich nochmal einblenden, aber ich weiß nicht, ob ich den einblenden sollte, weil das hat von der Perspektive nicht so gepasst, da hat es ja so eine Art Frachter oder einen Flugzeugträger oder was auch immer im Hintergrund gehabt und Genau, es sah halt einfach so aus, als wäre das Schiff mega weit weg und das hat in dem Dings nicht gepasst, da war der Dorsch halt vordergründiger, aber Da haben die Proportionen einfach so, okay gut, es könnte ja auch ein normaler Dorsch sein, der aus dem Wasser springt. Ja, genau, das Schiff ist halt ein paar Seenbeilen, weil ich ja keine Ahnung. Genau. Ne, deswegen habe ich das jetzt nochmal komplett umgebaut gehabt und habe das Segelschiff nach vorne gesetzt, um so ein bisschen mehr zu zeigen, wie groß dieser Dorsch ist. Hier könnte man ja die Story noch ein bisschen vielleicht noch vertiefen, so nach dem Motto, wer ist auf dem Boot? Ist das der Typ, der von dem Mega-Hamster auch erwischt worden ist? Der ist der Arme. Überall, wo er hingeht. Das, dass er da, da wo die Leben halt hingekommen ist, dann kam der Mega-Hamster und dann wollte er fliehen und dann kommt ihm der Dorsch auf dem Rückblick nochmal entgegen. Peter ist aber auch ein Mega-Forscher. Ja, warum weiß das nicht? Wir sehen. Ne, genau, und dann, dann wird die Falle gesetzt. Das war er auch. Ja. Er ist überall. Ne, genau, und weil der Dorsch halt, also, weil dieses, weil der Hamster halt auch so wütend ist und so angriffslustig, habe ich gedacht, der Dorsch muss auch ein bisschen wütender sein. Ich habe ihm auch noch Zähne gegeben, die meines Erachtens normale Dorsche auch nicht haben, um halt nochmal dieses Böse so ein bisschen mehr rauszubringen. Und der Blitz natürlich. Ja, der Blitz, klassisches Gewitter auf dem See und dann kommt so ein Dorsch rausgesprungen. Der auch einen Blitz hat, kann er vielleicht sogar das steuern. Man weiß es nicht. Gewitter Dorsch. Ja, genau, dass es einfach nochmal wütender macht. Okay. Machen wir mal was Niedliches, das Schnabeltier. Das Schnabeltier ist schneller geworden seit der Skizze. Ja, ich hatte ja ursprünglich auch noch eine Idee gegeben, so man könnte ja, aber das wäre ein bisschen merkwürdig, das müssen wir vielleicht auf Zauber- oder Feinkarte später machen, dass man vielleicht so eine Art eine Übersicht, dass man sich hat auf so einen Fluss von oben und dann sieht man halt einfach, wie der halt an mehreren Stellen so gewesen war. Und alles gleichzeitig bewegt sich mehr oder weniger oder dass irgendwas passiert, so nach dem Motto, da hat er die Nuss mitgenommen, da hat er sie abgelegt oder so. Aber das wäre dann halt, ich glaube, das wäre irgendwie für was anderes dann später interessanter zu zeigen, wenn halt irgendwie jeder Flinke mal zeigt, was er drauf hat oder so. Aber ich habe quasi einen Detail-Shot davon gemacht, weil er ja auch mega flink durchs Wasser schwimmt und so quasi Moses-mäßig das Wasser teilt, weil er einfach so schnell ist, wie so ein kleines Speedboot. Und dann habe ich nochmal von den, vom Manta sind die, glaube ich, drauf. Beim Manta und beim Angler sind sie auch drauf. Genau, diese kleinen Fische, die immer so ein bisschen traurig und verzweifelt gucken, weil sie einfach schnell flink aus dem Weg geschleudert werden. Die zu fangen ist. Genau. Die habe ich nochmal aufgemacht. Dann natürlich ein paar Speedlines, weil er ist ja einfach zu schnell. Ja. Und ich bin im Endeffekt ziemlich zufrieden damit, wie es ausgegangen ist, weil ich solche Hintergründe oder sowas selten mache. Und ich bin, ja, ich mag das eigentlich ganz gerne. Und dass du auch von dem Farbschema literally die Kartenteil getroffen hast, den du ja gar nicht im Kopf hattest, als du den Megadoosh gemalt hast. Das Schwarze passend zum XS-Monster und das Blaue zum Link-Monster. Ja, das stimmt. Die kannte ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir genau gesagt habe, aber für dich war das nur Bahnhof. Als ich dir gesagt habe, wer was die sind. Naja, also denken und denken, das verstehe ich schon. Aber, ähm, nee, ich glaube, ich wusste tatsächlich nur von, ähm, von der Falle. Okay, dass es die Falle ist. Dass es eine Falle ist. Äh. Genau. Apropos Falle. Apropos Falle. Ach, mega smoother Übergang. Ähm, ja. Ich war mir nicht sicher, ob ich eine harmlose Falle zeichnen soll, wo einfach nur so ein kleiner Korb oben ist, der, ähm, äh, ja, der quasi auf die Viecher runterfällt. Ein Korb? Ach so, so quasi ein Käfig oder so. Ja, genau, so ein kleiner Käfig, genau. Ein Korbding, wir sind mit dem Wäschekorb gleich mit. Äh, ja. Oder ob ich es ein bisschen brutaler machen soll mit so einem Stein, aber ich, äh, fand diese rudimentäre Naturvariante mit dem Stein eigentlich, äh, besser. Auch hier sehr viel Painting. Wenig, wenig, äh, was ich irgendwie normal auch zeichnen würde. Die Eicheln waren gerade noch so in meiner Comfortzone. Ja, das war für dich so, also für mich war das so mal irgendwas. Also mir ist ja hier thematisch relativ lax, so, Hauptsache es hat, ressembelt irgendwie eine Falle und dann, ob du jetzt was drauf machst oder nicht. Ich hatte die Idee vielleicht zwischendurch irgendwo noch im Busch noch dunkel die Augen drin zu haben, so nach Morde. Die haben schon das ausgespäht, so. Ja, das, äh, das Problem ist, die rotleuchtenden Augen werden ja vom Megahamster oder vom Dorsch und der passt nicht in den Busch. Ja. Ne, genau, also sehr viel, sehr viel, was ich dann im Endeffekt digital gepaintet habe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das war, war was völlig anderes, aber ich bin auch, auch mit der Karte, finde ich eigentlich im Endeffekt ganz cool geworden. Dafür, dass ich, als du mir gesagt hast, flinke Falle, war mein Kopf leer und ich finde eigentlich, dafür ist es ganz gut geworden. Für den leeren Kopf, genau. Für den leeren Kopf ist es ganz gut geworden. Und das Domizil? Ja, da kannst du mal ein bisschen erzählen. Ich musste den Mondfisch draufzeichnen, der Sonnenbarsch heißt, aber es ist ein Mondfisch. Ja, da kann man noch diskutieren, so nach dem Motto, was war jetzt Übersetzung und wie und was ist es jetzt wirklich im Japanischen? Also, es tut mir leid, das ist, es ist, auf dem Artwork ist ein Mondfisch. Deswegen habe ich den Mondfisch da drauf gezeichnet. Ja, die sehen halt leicht döschig aus. Und halt den Manta und den Biber. Auch hier wieder gepaintet, es geht tief in die Höhle rein, wahrscheinlich sitzen da der Momonga und der andere Musasabi. Musasabi, ich muss mir das Wort merken. Und da hinten sind die Büsche, die vielleicht die Büsche sind, wo auf der anderen Seite die Falle aufgestellt wird. Sie sind ein bisschen dunkler, aber... Ja, vielleicht kommen sie und dann fehlt einer von denen. Wo ist der? Ja, wo ist der Momonga aus der Skizze geblieben? Ich weiß es nicht. Gut, die Frage ist auch, wie machen sie Feuer? Also, wozu brauchen sie überhaupt Feuer? Der Biber muss warm bleiben, ich weiß es doch nicht. Naja, vielleicht sind sie ein bisschen advanced, das weiß ja keiner. Oder der Typ ist wieder da, der von dem Mega-Hamster überfallen wurde. Ja, es gibt so viel zu interpretieren. Genau. Aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das habe ich das meiste schon bei den Skizzen erzählt. Ja, sehr gut. Sehr schön. Vielen Dank. Immer gerne. Dann kommen wir doch mal von den Artworks zurück zu den Karten und deren Spielstärke und deren Effekten und steigen ein mit der permanenten Zauberkarte Flinkes Dumizil. Du kannst den zweiten und dritten Effekt dieser Karte mit diesem Namen nur einmal pro Spielzug benutzen. Erster Effekt. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase kannst du ein Flinkmonster in deinem Friedhof wählen. Mische es ins Deck. Zweitens. Wirf eine Karte ab. Lege ein Flinkmonster von deinem Deck auf den Friedhof. Dritte Effekt. Falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst bis zu zwei Flinkmonster aus deinem Friedhof ins Deck mischen. So, erst mal sieht man, woher, drei Effekte auf einer permanenten Zauberkarte. Im Endeffekt kann man eigentlich sagen, ja gut, es hat eigentlich nur ein Effekt und die anderen zwei sind so nice to have, die halt nicht sehr viel machen, aber trotzdem sehr wichtig sind für das Deck, damit man sich komplett halt nicht verballert im allerersten Spielzug. Der erste Effekt ist halt extra absichtlich in Soft Ones per Turn, damit halt man nicht wirklich einfach nur ein Flinkes Domizil spielt, sondern noch mehrere, weil wenn man mehrere auf dem Spielfeld hat, dann kann man halt literally halt nur jeweils die Effekte nutzen, die halt da draufstehen und die anderen sind halt hart, aber den kann man wenigstens trotzdem resolven. Das ist kein großer Vorteil, den man generiert in der Standby-Phase. Man mischt einfach was zurück ins Deck und kriegt dafür auch nichts, kein Draw, keine Surges. Ist einfach nur dazu da, dass man ein bisschen die Ressourcen wieder zurückkriegt, die halt der Angler und die anderen flinken Monster halt relativ schnell verballern. Endlich mal ein themeneigenes halt Recycling, weil deswegen mussten wir halt bisher halt immer andere Karten spielen, sowas wie Exodius, damit überhaupt, die Ressourcen da sind. Der zweite Effekt ist der themenerste eigene Effekt, der halt den Angler richtig triggern kann aus dem Deck. Das ist absichtlich so, damit wir halt einen Starter haben für das Thema, weil man hat oftmals das Problem in dem Deck, dass man entweder gerne halt mit dem Angler eröffnet, ohne was abwerfen zu können, also dass man ihn abwerfen kann, überhaupt irgendwo starten zu können, oder halt auch nur mit dem Angler ohne den Biber und dann hat man absolut gar nichts. Da kann man einfach gar nichts machen. Da kann man einfach nur einen Flinken setzen und dann drauf hoffen, dass man im nächsten Zug nicht umgerannt wird. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir daraus eine Kombo für den? Also theoretisch kann man hier halt Ultra Plus gehen, indem man halt, weil wir haben es ja generisch gewordet, wirf eine Karte ab und legt einen Flinkmonster von dem Deck. Auf Video Triggerisch kann man halt zwei Flinkmonster von dem Deck auf dem Friedhof legen, um vier Monster-Special zu kriegen. Das ist ja natürlich auch der Charme des ganzen Decks, dass man halt die Flinkangler triggert, aber dafür muss man halt auch entsprechend in seinem Themendeck entsprechend auch die Targets spiegeln, denn wenn man zwei Angler abwirft, muss man, also wenn man vier Monster-Special will, muss man schon mehr als nur ein Biber spielen, weil ansonsten, wenn man halt die drei Kopien in seinem Deck hat, kriegt man halt nur drei Kopien raus und kriegt kein viertes Monster raus. Das heißt, man wird ein bisschen dazu gezwungen auch, wenn man halt diese Karte spielt, mehr als nur Flinken-Biber und Flinken-Angler zu spielen, was so die einzige Engine ist, die man bisher so, wenn man überhaupt irgendwo was gesehen hat, die gespielt worden ist, weil die halt die kompakteste war. Natürlich kann man den Sonnenbarsch noch dazu packen, dann hat man halt wieder neuen Karten. Man kann natürlich aber auch unterschiedliche Namen nutzen, falls man bestimmte Extra-Dick-Choices hat, die man lieber eher mit den Ungeheuern machen möchte, weil die ja auch einen interessanten Pool haben oder halt für die Wassermons. Da kann man so ein bisschen kombinieren und das ist ja auch die Absicht daran und extra halt auch natürlich mit Kosten, halt wenn man halt nicht mit einem Angler öffnet, dass man dann definitiv Kosten hat, dass man halt was weglegen muss von der Hand, dass man halt das hier nicht für free kriegt, dass sie in der Friedhof pflegen. Es ist halt quasi ein nicht so freies törichtes Begräbnis. Ein törichtes Begräbnis ist eine super Karte da im Verhältnis zu der Karte, aber sie ist halt themeigen und deswegen hat sie halt die Kosten mit drin und kann halt theoretisch einen großen Vorteil generieren, wenn man halt mit beiden öffnet, dass man einen Angler im Deck und in der Hand hat, aber man muss auch entsprechen, das Main-Deck kam, ansonsten kriegt man es nicht durch. Das heißt, das ist der Starter für das Deck, wenn man halt nichts mit nichts Gutem anfängt, also wie sagt man, wir werfen jetzt weder Biber noch Angler in der Hand, sondern nur mit anderen Flinken, dann kann man trotzdem einen Angler im Friedhof legen, damit man mit zwei Monster, wenn man schon mal auf dem Feld startet. Und der dritte Effekt ist einfach nur ein kleines, in Klammern Punishment für den Gegner, wenn die gerade auf dem Friedhof gelegt wird, dass man einfach nochmal zwei reinschaffeln kann. Das ist einfach nur zum Recycling wieder drin, damit das Deck sich halt nicht aussaugt. Und das ist auch Absicht, dass es halt auf den Friedhof-Flake-Effekt ist und nicht noch irgendwie so ein On-Feel-Effekt ist. Den brauchen wir es eigentlich nicht, denn der reicht schon mit in der Stand-by-Phase, dass man zurückkriegt. Aber ich wollte jetzt auch nicht komplett einfach nur flöten gehen lassen, halt ohne diesen dritten Effekt, weil ansonsten der erste Effekt wird wahrscheinlich gar nicht so oft durchkommen, dass man recyceln kann. Und dann wird das Deck halt relativ schnell auch wieder Turbo verlieren und loswerden. Und damit gibt man dem Gegner so ein bisschen Überlegung, wenigstens, ob soll ich das Ding entsorgen oder nicht, weil man halt wieder zwei reinmischen kann. Bei den Wordings habe ich mich extra dazu entschieden, dass der erste Effekt, der klassische ist, ist halt Kosten-Targeting und dann Mischreien oder Aktivierungsbedingungen-Targeting und dann Mischreien. Das heißt, theoretisch, wenn ihr dann die Dekre hinwirft, kann er sich nicht resolven. Man kann es halt nicht in den Deck mischen, weil es nicht drin ist. Natürlich das Zweite kann man halt ganz normal aufhalten mit den klassischen Spell-and-Trap-Removals, weil es natürlich eine permanente Zauberkarte ist und halt mit den ganzen Search-Sachen. Und beim dritten Effekt ist es so, da habe ich mir jetzt das mit dem Targeting gespart, weil das kann man auch mit einem Effekt resolven. Es gibt auch den Leuten so ein bisschen kleine Lernkurven, so ein bisschen zu lernen, was sind die unterschiedlichen Arten von Effekten. Dachte ich mir, dann machen wir das mal so, dass wir einen Targeting-Effekt haben und einen normalen Effekt, wo halt wirklich die zwei flinken Monster in dem Resolve weggemischt werden. Und ja, das war so ein bisschen die Überlegung. Erstmal so einen kleinen Starter und ein bisschen so Art-Recycling für das Thema zu haben. Von der Zauberkarte geht es rüber zur Fallenkarte, zur flinken Falle. Permanente Fallenkarte, du kannst nur einen Effekt dieser Karte mit diesem Namen pro Spielzug benutzen. Erster Effekt, falls sich ein Erde-Flink-Monster auf dem Spielfeld befindet, kannst du ein Flink-Monster in deinem Friedhof wählen, mische es ins Deck. Dann annulliere den Effekt einer offenen Karte deines Gegners bis zum Ende des Spielzugs. Zweiter Effekt, falls sich ein Wasser-Flink-Monster auf dem Spielfeld befindet, kannst du ein Flink-Monster der Stufe 4 oder Niedriga in deinem Friedhof wählen und ein Monster in Angriffsposition, das dein Gegner kontrolliert wählen. Beschwöre das Monster aus dem Friedhof als Spezialbeschwörung in verdeckter Verteidigungsposition auf die Spielfeldseite deines Gegners, dann übernehme die Kontrolle des Monsters in Angriffsposition bis zum Ende diesen Spielzugs. Sehr viel Text, aber ich habe extra das Wording so gewählt, damit die Karte vernünftig geoutet werden kann. Natürlich kann sie ganz normal, weil es eine permanente Fallenkarte ist, durch die üblichen Verdächtigen aller Spend-and-Trap-Removal wieder aufgehalten werden, aber ich wollte denen noch mehr Outs geben. Beide Effekte wählen halt ein Flink-Monster im Friedhof. Der erste Effekt ist halt quasi so der Negation-Effekt, der Schutzeffekt vor gegnerischen Karten, die halt theoretisch sehr, sehr stark sein können. Damit kann man halt einiges abdecken. Dafür muss man aber ein Flink-Monster erstmal im Friedhof haben. Das heißt, diese Karte hat immer eine Art Aktivierungskostenbedingung, dass man irgendwie Flink-Monster im Friedhof hat. Also wenn der Gegner irgendwie schafft, schon bevor man die Karte überhaupt aktiviert, die zu entsorgen, dass man mit dem kompletten Grave banish, also theoretisch, wenn man hiermit Soul-Release anfängt und im gesamten Grave banish das ganze Deck mehr oder weniger tot, weil die Zauber- und Feindkarten halt entsprechend Flink-Monster im Friedhof erwarten. Aber halt auch damit, dadurch, dass sie halt als Kosten die Dinge auch wählen und sie dann noch zurückmischen müssen, damit sie überhaupt ihren Effekt auflösen können, kann damit halt der komplette Effekt gekillt werden, indem man mit so einer Dedicree oder so da reinfummelt und das Monster einfach verbannt. Der Klassiker, halt wie bei Toff der Trägheit, ist extra das Wording so, dass es halt noch viel mehr Outs gibt als bei den üblichen Karten, so dass man halt mit mehr generischen Karten versuchen kann, diese Karte zu outen. Dafür aber halt einen starken Effekt bekommt, dafür muss man aber halt auch entsprechenden Erde-Flink-Monster haben, die ja eher so weniger beliebt sind in dem Thema, also vor allem bei den Main-Deck-Monstern und damit würde ich so ein bisschen pushen, dass die halt wieder so ein bisschen mehr auf dem Feld dann bleiben und das Interessante bei dem Wording ist halt, ich hab's extra so gemacht, damit man halt, wenn man Mirror-Matches hat, dass man halt das auch gegen den Gegner nutzen kann, vor allem, weil auch die flinke Falle halt auch durch ihren zweiten Effekt auch Gegner, ne, entsprechend Monster übergeben kann, ne, die er dann auch flippen kann und dann wird die flinke Falle bei einem selbst auch aktiv. Ähm, kann auch eine interessante Side-Deck-Karte selbst werden, später, wenn das tatsächlich irgendwie Meter werden sollte, dass dann jemand selbst die spielt, obwohl er gar keine Flinken spielt, weil er weiß, er kriegt vom Gegner irgendwie das Ding irgendwann mal. Also gibt's da einige Ideen, die man machen kann. Beim zweiten Effekt hab ich mir das so gesagt, ey, Alter, diese Stufe 3 und eine niedrige Beschränkung, die geht mir auf die, ne, Nüsse. Deswegen hab ich gesagt, hier, der Superflig-Megahmster darf auch gespechelt werden. Der wird sowieso wahrscheinlich nicht gespielt werden und wenn, dann kriegt der Gegner sogar noch ein besseres Monster. Ich wollte halt den Klaueffekt, den man hier nutzen kann, der halt auch auf beiden Seiten halt mehr oder weniger targetet, auch wieder so machen, dass halt man muss das Monster spezialbeschwören können aus dem Friedhof, damit man den überhaupt übernehmen kann. Das heißt, wenn irgendwelche Special Summoning Negations sind oder irgendwie das Deck in irgendwas gelockt ist, dass man den Effekt entsprechend dann nicht kriegt und natürlich, da muss es in Angriffsposition das Monster sein und der Gegner muss halt auch entsprechend auch eine Zone frei haben, dass man das Monster spezialen kann. Ansonsten kriegt man halt nicht die Kontrolle über das Monster und man kriegt es halt nur bis zum Ende des selbigen Spielzugs. Wenn man es im Gegner Spielzug macht, kann man mit dem Monster relativ wenig anfangen, es sei denn, es hat irgendwelche Negates oder so, aber dann kann es wahrscheinlich auch die flinke Falle auskontern und ich wollte auch den ganzen Effekt nicht so for free machen. Also ich will auf jeden Fall dem Gegner geben, dass er halt dieses Plus kriegt, er kriegt das Monster. Ob er dann damit nachher was anfangen kann oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Theoretisch gegen Burning Abyss kann auch so super out sein, vielleicht so ein bisschen seine Kombo aufhalten kann, wenn halt entsprechend eine Zone blockiert ist durch das Monster, was man spezialen kann. Aber man kann, wie gesagt, da auch wieder eine Kreia raufsetzen, dann geht der gesamte Effekt halt nicht durch. Das Ding ist halt so ein bisschen wieder inspiriert von damals, wo ich das Deck gespielt habe mit Kreaturentausch. Das fand ich immer sehr, sehr cool, dass man dem Gegner halt einen Flinken gab, den dann umgerannt hat und dann hat man selbst den Effekt bekommen des Special Summons. Hiermit wieder quasi wieder belebt, sodass damit wird so ein bisschen das Deck dazu motiviert, wieder die Floater zu spielen weil damit kann man halt die entsprechend wieder durch Kampf umrennen, um entsprechend dann wieder die triggern lassen zu können zum Beispiel, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Und ich glaube, das müsste auch mit dem Manta funktionieren, wenn der verdeckt zerstört wird, solange das halt zum Beispiel so das Schwarzloch oder so würde er auch triggern. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man damit nutzen kann. Aber natürlich, beide Effekte darf man nicht in einem Spielzug, man darf immer nur einen. Dafür ist es halt aber auch so aufgebaut, dass quasi der erste Effekt mehr ein Effekt ist, den man im Gegnerischen Spielzug nutzen möchte, gegen den Gegner. Und der zweite Effekt ist einer, den man eher in seinem eigenen Spielzug benutzen möchte, um halt entsprechend problematische Monster loszuwerden. Genau, und das ist so ein bisschen die Idee hinter der flinken Falle, dass sie halt einen richtig schönen Schutz bekommen für ihr Thema, weil sie bisher halt, wie gesagt, keine Zauber- und Fallenkarten hatten. Das ist die erste Fallenkarte, die denen so interessante Interaktionen bietet gegen den Gegner, ohne dass man jetzt sich wieder auf nur Handfallen verlassen muss oder auf generische Fallen, so dass sie eine themeneigene Falle haben, die sie theoretisch auch vielleicht suchen könnten. Mal gucken. Gucken wir doch mal uns die nächste Karte an. Da haben wir den superflinken Mega-Dorsch, das Wasser-Äquivalent zu unserem superflinken Mega-Hamster. Rang 2, Wasser-Xis-Fisch-Effekt-Monster, 200 Angriffspunkte, 1800 Verteidigungspunkte, also nicht so ein aggressiver Genosse, sondern eher ein passiver Genosse. Zwei Monster der Stufe 2, darunter ein Flink-Monster, braucht er als Material. Du kannst nur einen Effekt dieser Karte mit diesem Namen pro Spielzug benutzen. Erster Effekt, du kannst ein Xis-Material abhängen, setze eine Flink-Zauberfalle von deinem Deck. Du kannst während des Spielzugs, indem du diesen Effekt aktivierst, nur Flink-Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören. Zweiter Effekt, falls dich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte verbannen. Setze eine Flink-Zauberfalle von deinem Friedhof auf deine Spielfeldseite, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Ja, was haben wir uns dabei gedacht? Erstmal, endlich mal ein themeneigenes Rank-2. Also ich so, oh, komm schon, also die brauchen nochmal langsam ein eigenes Rank-2. Also es wird doch langsamer Zeit nach so vielen Jahren. Die haben noch so viele Zweier, warum können die keinen Rank-2 haben? So, und da habe ich mich dafür entschieden, natürlich, wir machen den Counterpart zum superflinken Mega-Hamster und das halt mit dem Mega-Dorsch. Und dem habe ich tatsächlich die Aufgabe gegeben, dem neuen Support, den wir gerade eben genannt haben, suchen zu können. Und zwar halt über den ersten Effekt, indem man halt einen detecht und dann entsprechend eine davon setzen kann. Dafür aber mit der Einschränkung, die ich extra dazu gemacht habe, dass man nur noch Flink-Monster, oder dass man nur Flink-Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören kann für den Spielzug, period. Um entsprechend Interaktionen mit anderen Decks etwas zu vermeiden, dass man das als generische Recruiter-Engine spielen kann in anderen Themen-Decks, wie zum Beispiel sowas wie Paleozoisch, die natürlich gerne die Feilenkarte sehen würden, aber die natürlich auch gerne Totally Awesome gerne aufs Feld zuerst hinlegen möchten. Und das würde dann das nicht erlauben. Und das sind so ein bisschen so ein paar Sachen, die ich so im Kopf hatte, wo ich gedacht habe, da muss man ein bisschen aufpassen, wer das benutzen kann. Natürlich auch extra gesagt, im Gegensatz zum Megahamster, der natürlich ein Ungeheuer ist, ihn als Fisch zu designen, damit er nicht abused werden kann mit dem ganzen Support rund um auch den Waschbär-Baby-Support, weil theoretisch halt mit Hundeschule könnte man ja dann sonst auch in ihn reingehen, wenn er jetzt ein Ungeheuer wäre. Das ist er aber nicht. Das heißt, man sperrt da auch ein bisschen das Thema so ein bisschen aus, weil ansonsten würde das ein bisschen too much werden, weil die ja auch nur noch, glaube ich, dann Erde- oder Ungeheuer-Monster, glaube ich, special wollen für den Rest des Spielzugs und das würde ihn halt ein bisschen aushängen. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem halt für Decks, die es ausprobieren möchten, nicht komplett einschränkt, dass man einfach nur sagt, zwei flinke Monster, so Punkt, die können nur noch flinke benutzen, sondern dass die auch andere Stufe 2 Monster dafür nutzen können. Das haben wir ein bisschen offen gelassen. Und ich habe es auch extra nur für den ersten Effekt gegeben, weil dieser Recruite-Effekt aus dem Deck für, also, wenn ich jetzt diese Karte in einer Decks sehen würde, würde die wahrscheinlich zu 90 Prozent wahrscheinlich die Falle ausspielen, kann ich mir vorstellen, weil die Falle eine sehr gute Falle ist und zusammen mit ihm ja auch schon funktionieren würde, im Sinne von, dass er halt entsprechend einen Wassereffekt bekommen würde davon, der halt nicht so krass ist wie der erste Effekt. Aber dafür müsste man halt noch weitere Flinke spielen. So, wer dann dazu bereit ist, da bin ich dann auch dazu bereit, die Kompromisse einzugehen, dass du dann sagst, dass du das wirklich als Engine spielst, zusammen mit ein paar Extra-Deck-Monstern und ein paar Main-Deck-Monstern aus dem Deck dafür opfährst, dass du die spielen kannst, ist auch dann vollkommen okay. Aber ich möchte nicht, dass du andere Monster daneben liegst, weil ansonsten wird das zu schnell too much. Man kriegt dann zu viele Negates aus Feld, wo man sagt jetzt, oh, wir lassen dir einfach mal das mit dem Fliegen weg, ja, dann belegt da mal zwei, drei Toads daneben und noch die Falle dahin. Dann wird es auch irgendwo unfair. Und da muss man halt ein bisschen gucken, dass man da die Waage hält, dass man sagt, okay, man versucht es für das Thema so offen zu halten für alle wie möglich, aber trotzdem so weit einzuschränken für das Thema, dass es nicht zu viel Abuse werden kann, auch mit aktuellen Pools, die dann darauf zugreifen können. Und ich habe ihn extra für beide Effekte so designt, dass er halt sich um die Spaniel Traps dreht, damit das halt konzentral in einer Karte ist. Und dadurch, dass es natürlich Link Zweier ist, kann man nicht beide Effekte halt machen, dass er die beide im selben Spielzug benutzen kann. Das wäre Wahnsinn. Also, das wäre krank. Deswegen ist der zweite Effekt natürlich auch erst möglich, dass er man in den nächsten Spielzug benutzen kann. Natürlich kann man die Klausel machen in dem Spielzug, wo er nicht reingelegt worden ist, oder da, wo er reingelegt worden ist, dass er nicht aktivieren kann. Aber ich will trotzdem auch nicht, dass ein superflinker Megador schon Grave aktiviert wird und einer auf dem Spiel fällt, also quasi im zweiten Spielzug. Dass man halt trotzdem mehr oder weniger ein Doppelset kriegt. Das finde ich ein bisschen zu viel für ein Rank 2 und habe deswegen gesagt, nur einen von beiden Effekten kann er davon benutzen. Das reicht für ein Rank 2 und natürlich auch keine starken Angriffspunkte, das braucht er nicht. Eher eine defensive, passive Karte, die ihn defchillt. Kann man so ein bisschen die Analogie ziehen zum Paleozoischen Opabinia. Bei dem Paleozoisch Deck, der auch mit, glaube ich, 0 und 2400 quasi so mehr oder weniger eine ähnliche Rolle in dem Themendeck spielt. Und die hat er jetzt hier so für die Flinken bekommen. Und dadurch, dass wir den jetzt hier haben, kann man halt die Spell und Trap relativ einfach suchen. Denn, wie gesagt, wir haben ja viele Möglichkeiten, den Angler in den Frieden zu kriegen. Jetzt können wir in sinnvolle Sachen gehen, die halt den Support, auch den wir jetzt neu reinbringen, auch zusammensuchen können. Auch der flinke Biber freut sich darüber, weil damit kann man direkt in den super Flinken mega durchgehen. Und man kann es theoretisch halt als Engine nutzen. Man muss halt gucken, ob man halt dann sich im Extra Deck damit dafür locken möchte, dafür, dass man halt den Search kriegt für die entsprechende Trap oder auch nicht. Das bleibt dann halt jedem offen. Aber so verhindern wir, dass halt die Karte einfach zu stark aus der Kontrolle gerät mit den ganzen anderen flinken Karten. Und dann kommen wir zu unserem Boss-Monster. Flinkes Schnabeltier Link 3, Erde, Ungeheuer, Effekt-Monster, 1200 Angriffspunkte, Link-Pfeile, links unten, rechts unten und links, braucht zwei oder mehr Flink-Monster. Du kannst den zweiten und dritten Effekt dieser Karte mit diesem Namen nur einmal pro Spielzug benutzen. Erster Effekt, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, hat sie zusätzlich die Eigenschaft Wasser. Zweiter Effekt, wähle ein Flink-Monster in deinem Friedhof und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert. Schnelleffekt, mische das Monster vom Friedhof ins Deck, dann mische die Karte, die dein Gegner kontrolliert, ins Deck. Dritter Effekt, falls diese Karte vom Spielfeld auf dem Friedhof gelegt wird, kannst du ein Flink-Monster der Stufe 4 oder niedriger in deinem Friedhof wählen, mische es ins Deck. Ja, man merkt so wieder ähnliches Kartendesign wie beim flinken Domizil. Eigentlich drei Effekte drauf, aber im Grunde genommen eigentlich nur ein ganzer Effekt drin. Der erste Effekt ist einfach nur die Anspielung natürlich auf das Flink-Geschnabeltier selbst und allgemein auch an das Thema, was natürlich aus Ungeheuern und Fischen besteht und aus Wasser und Erde, dass dieses Monster mehr oder weniger beides verbindet und es ist ein Ungeheuer, was Erde und Wasser ist. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können, dass es ein Wasser-Link 3 ist und dass es die zusätzliche Eigenschaft Erde kriegt. Ich habe es jetzt so rum gemacht, ist im Endeffekt eigentlich Wumpe, weil ich wollte halt wirklich ein Monster haben, das nachher halt mit der Falle zusammenarbeiten kann. Einmal halt natürlich mit den Main-Deck-Monster, aber natürlich auch mit dem Boss-Monster und das Boss-Monster ergibt sich natürlich als beide Eigenschaften aus. Das heißt, man hat quasi sofort die Auswahl, welchen man diese Effekte bei der flinken Falle nutzen möchte. Dafür, dass er aber halt den zweiten Effekt hat, haben wir bei den Angriffspunkten ein bisschen runtergedreht. 1200 Angriffspunkte sind relativ wenig für einen Link-Dreier. Da erwartet man normalerweise 2000 Angriffspunkte oder mehr. Aber das ist natürlich dem geschuldet, dass er diesen starken zweiten Effekt hat. Der natürlich aber wieder, genau wie bei der Falle, genau die gleichen ähnlichen Konter abkriegt, wie auch alle anderen flinken Karten, aber natürlich auch passend wieder zu dem Thema damit zusammenarbeitet, dass es natürlich rund um die Mechanik ins Deck mischen und aus dem Deck Specialen wieder dazugehört. Und da haben wir diesmal gesagt, jo, wir wählen ein flinkes Monster in unserem Friedhof und eine Karte, die den Gegner kontrollieren. So, wenn der Gegner jetzt das Monster, was man im Friedhof wählt, irgendwie anderweitig entsorgt oder specialt, banished, zurück auf die Hand gibt, dann kriegt man auch den Shuffle-Effekt nicht von unserem Fingenschnabeltier. Ist targetet im Gegensatz zur Falle und, ja, shuffelt dafür dann halt ins Deck. Das ist natürlich wieder ganz dem eigenen Thema, weil es halt die ganze Zeit irgendwas ins Deck shuffelt. Wollte ich halt unbedingt beim Boss-Monster auch etwas was ins Deck shuffelt, was auch ein sehr gutes Removal ist, dadurch, dass halt viele Karten keine, ja, weniger Schutz haben gegen zurück ins Deck shuffling und halt allgemein dieses Thema so ein bisschen mehr repräsentieren. Natürlich hard once per turn, dass du halt diesen Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen kannst, denn ansonsten wäre das zu krank. Deswegen ein bisschen habe ich die Vorsicht walten lassen beim Material. Ich habe gesagt, ihr habt zwei oder, zwei und mehr Flink-Monster. Natürlich, eigentlich könnte man auch direkt sagen, es sind drei Flink-Monster, ähm, weil es gibt keinen Link-Zweier. Der Link-Zweier ist jetzt auch nicht geplant und soll auch mit dem nächsten Rollout nicht kommen, ähm, aber das ist das einfache Wording. Ich wollte das nicht sagen, dass man nur einen Flink-Monster mit darunter hat, weil der Effekt wäre dann sonst zu stark in vielen anderen Decks und dann würde ich halt wieder die komplette Büchse der Pandora aufmachen, dass viele andere Decks auf diese Karte zugreifen können. Ich möchte nur, dass viele Decks auf diese Karte zugreifen können, wenn sie dazu bereit sind, die flinken Main-Deck-Monster auch zu spielen, weil das ist für mich ein Teil des Themas und ein Teil der gesamten Deck-Strategie, das mit dem Ganzen aus dem Deck-Special und dann mehr Special und dann daraus Monster machen. Und deswegen haben wir uns da halt für entsprechend dieses Material ausgewählt. Der dritte Effekt habe ich jetzt so gemacht, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, Stufe 4 oder niedriger zu sagen auch, wie bei der Falle, denn ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass wenn der vom Friedhof geht, dass er einfach, dass quasi ein anderes flinke Schnabeltier, wenn man eins im Grave hat, wieder recycelt. So diese ganzen komischen Loops, die man halt vom Krötlich-Unwerfen kennt, die wollte ich so ein bisschen mal raushaben. Deswegen habe ich gesagt, 4 oder niedriger, das heißt, damit fällt das Xyz-Monster raus, damit fliegt auch das Link-Monster daraus. Ansonsten kann man halt damit wieder Stoff recyceln, sodass man halt wieder weiterhin rumspecheln kann. Das ist aber jetzt auch natürlich kein so krasser Effekt, das ist einfach nur wieder Recycling, damit sie wieder mehr Stoff haben, um wieder aus dem Deck in den Friedhof zu legen, um dann weiter für ihre Kombos gehen zu können. Ja, damit haben wir unser Boss-Monster geschaffen, das so weit wie möglich flink Themenintern bleibt, das aber so weit wie möglich, natürlich auch dadurch, dass sie halt durch den ersten Effekt sowohl Wasser als auch Erde darstellt, die Falle so ein bisschen versucht, mit reinzubringen in das Thema, dass es halt auch sich lohnt, die Falle spielen zu können, zusammen mit diesem Monster, damit man ein schönes, starkes Feld machen kann mit ihr und der Falle zusammen auf dem Spielfeld und damit ein richtig gutes, schönes Feld etablieren zu können, was auch ein bisschen mit dem Gegner interagieren kann. Es ist noch nicht alles, man merkt ja, also irgendwie wird man tatsächlich jetzt mit diesem Support immer noch sehr viel specialen können mit den ganzen Flinken, aber wird nicht so viele Monster trotzdem aus dem themeneigenen Thema dann beschwören können, weil irgendwie wird man immer noch mehr Flinke wahrscheinlich rausholen können, als dass man das nachher in flinke Exerdeck-Monster umwandeln können. Das ist nur für ein bisschen später angedacht, aber keine Sorge, da kommt kein weiteres Link-Monster mehr, kein Zweier, kein Vierer, kein gar nichts, das möchte ich so bei dem Dreier belassen. Ist aber so ein bisschen jetzt momentan mit dem ersten Support die Speerspitze zusammen mit der Fallenkarte und mit den anderen Karten zusammen in Kombination, so dass man sich so ein eigenes flinkes Thema sich mal bauen kann oder halt versuchen kann, sich das zusammen mit einem anderen Thema zu vermischen und versuchen kann, diese Engines mit anderen zum Laufen zu bringen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber und ich würde euch mal einmal zeigen, was ich so für ein paar Standard-Kombos jetzt hier für euch vorbereitet habe, die man jetzt mit diesen Karten theoretisch mal so anspielen könnte. So, dann kommen wir zur Starter-Kombo, die man halt ein bisschen variieren kann, je nachdem, wie man eröffnet. Wir werden erstmal ganz standardmäßig damit einsteigen. Wir möchten mit unseren Flinken zwei Monster aufs Feld bekommen und das geht relativ einfach in dem Deck. Entweder man eröffnet halt mit dem Flinken Biber in der Hand oder man hat die Möglichkeit, irgendwie einfach einen Flinken Angler in den Friedhof zu kriegen, der dann halt auch zwei Flinke als Spezialbeschwörung beschwören darf. Das wäre jetzt zum Beispiel halt, wenn man jetzt einen Genix Andine als Normalbeschwörung beschwören würde, der den halt reinlegen würde. Oder wenn man zum Beispiel halt auch eine Rettungskatze als Normalbeschwörung beschwört und dann die als Tribute anbietet, um zwei der Ungeheuer Flinken aus dem Deck als Spezialbeschwörung zu beschwören. Da gibt es viele Möglichkeiten. Hier geht es einfach für die Standard-Kombo, wir beschwören jetzt einfach unseren Flinken Biber, holen uns einen Flinken aus dem Deck und machen eine Exis-Beschwörung mit den beiden zum superflinken Megadorsch. Dann nutzen wir seinen Effekt und holen uns eine Zauberfallen-Karte aus dem Deck. So, jetzt je nachdem, ob ihr in eurer Starthand halt schon eine der Fallen- oder Zauberkarten in der Hand habt, dann könnt ihr halt entsprechend die andere Karte suchen. Also wenn ihr halt die Zauberkarte habt, die Fallenkarte soll ich suchen und wenn ihr die Fallenkarte habt, halt die entsprechende Zauberkarte suchen und eure Kombo ein bisschen, ja, zu extenden, sodass ihr halt am Ende auch noch mit der Falle aus der Kombo rausgeht, sodass ihr halt quasi zwei Interactions habt im gegnerischen Spielzug. Wenn ihr es aber nicht habt und sprich halt keine der Zauber- oder Fallenkarten in der Hand habt, natürlich, dann setzt ihr die permanente Zauberkarte aus dem Deck. Die setzt ihr, die dreht ihr um, nutzt ihr einen Effekt, wirft eine Random-Karte von eurer Hand ab, um einen flinken Angler vom Deck auf den Friedhof zu legen. Der aktiviert sich jetzt und holt zwei weitere Flinke aus dem Deck. Und jetzt könnt ihr mit dem superflinken Megadorsch und den zwei Flinken in den Link-Dreier gehen, in das flinke Schnabeltier und habt damit halt schon mal eine Interaktion im gegnerischen Spielzug. Ja, und das Ganze ist quasi eine anderthalb Karten-Kombo. Einmal halt eine Karte, um entsprechend die zwei Flinke aufs Feld zu kriegen und eine weitere Karte, die wir von der Hand abwerfen können. Wenn ihr halt natürlich mit einer der Zauber- und Fallenkarten schon eröffnet habt, kann das Feld halt damit dann halt auch enden, dass ihr in der Kombo entsprechend auch nochmal die Fallenkarte mit dabei habt und zwei Interactions habt für denselben Preis, den ihr bezahlt, aber dafür müsst ihr halt mit einer der beiden Kombo-Pieces eröffnen. Ansonsten ist das nicht möglich, boah, das war kurz und knackig und relativ simpel und nicht so kompliziert, wie es so in meinen alten flinken Deck-Varianten waren und das macht auch mehr als das, was ich damals da kompliziert alles zusammengeballert habe. Daher ja, das ist der erste Support, relativ simpel, erstmal ein paar einfache Kombos und ein paar einfache alternative Wege, wie man dazu kommen kann, dieses Feld aufzubauen, aber ansonsten erstmal nochmal grundstrukturell erstmal der erste First-Wave-Support, um so ein bisschen dem Deck mal eine Art Zielrichtung zu geben. Das ist jetzt so meine Idee, also ich würde gern halt das Deck ein bisschen, ja, zum einen Themen-Deck endlich mal werden lassen, weil nur die Monster bisher, das war halt immer so ein bisschen langweilig, weil man musste immer mit anderen Support spielen, die kann man immer noch spielen als coolen Extender oder Eröffner, aber ich würde halt gern, dass die halt auch ein bisschen mit ihren eigenen Karten spielen und ein paar eigene Karten bekommen, sodass es auch zum echten Thema wird, dass es auch vielleicht mal so, ja, mal auf einer Region vielleicht mal gespielt werden kann. Das wäre echt eine coole Sache und ich glaube, der erste Wave-Support, der bringt ihnen schon so eine Art kleine Spielbarkeit mit rein. Bin gespannt, was ihr davon hält, ob ihr da irgendwelche krassen Kombos seht, die wir vielleicht übersehen haben, die man mit anderen Decks in Interaktion machen könnte, die wir jetzt so vielleicht, ja, übersehen haben. Würde ich mich gerne mit euch dann unten in den Kommentaren austauschen, falls ihr da irgendwas habt. Ihr könnt gerne sagen, wie ihr die Karten vom Artwork findet, halt vom Kartendesign, von der Lore, die wir da uns drumherum ausgedacht haben, ein bisschen, die wir natürlich jetzt noch nicht so ganz vertieft eingegangen sind, die würden wir bei einem der nächsten Male nochmal vertiefter eingehen. Jo, ich denke mal, wir haben genug gequasselt. Die Episode ist lang genug gewesen. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten und dann, denke ich mal, auch mit einem Hintergrundsong, damit das nicht so still ist im Hintergrund. Bis dahin und tschüssi.